Tolle Witze zum Totlachen Прикольные Anikdote, животchen darfешь Beim Arzt Herr Doktor, wenn ich mit dem Finger auf mein Knie drücke, tut es mir weh. Herr Doktor, wenn ich mit dem Finger auf mein Knie drücke, tut es mir auch weh. Und wenn ich an den Kopf drücke, auch. 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 Darauf antwortet der Doktor. Ganz klar! Ihr Finger ist gebrochen! Ich lache mich tot! Ich lache mich tot, wenn ich an den Kopf drücke, auch. Ich lache mich so aus. Ich lache mich, wenn ich an den Kopf drücke, auch. Ich lache mich dann. Wenn ich an den Kopf drücke, auch. Untertitelung des ZDF, 2020